Im Dunkeln ist gut munkeln, heißt es in einem Volksmund und dieser Volksmund heißt Mario Schröber, hallo. Guten Tag, Herr Plaschauer. Du bist der Volksmund. Schwierig. Du lutscht am Zipfel der Regierung. Was ist mit dir los? Ja, weiß ich nicht, ist mir gerade so eingefallen. Ist mir gerade so eingefallen. Du bist ein witziger Mensch heute. Freut mich. Ich bin mal in der Straße gefolgt, Schröbi. Ich habe übrigens auch vergessen, dass es nacht ist, deswegen war ich das doch einfach so. Ja, nee, klar. Tag 27, 1.40 Uhr kann man schon mal machen. Und ich habe ein Haus hier von... Ach, das hast du, glaube ich, auch schon. Shit, das hattest du schon, das Haus. Da war ich. War ich da drin? Mit den Dings hier. Da war ich nicht drin. Da war ich nicht drin? War ich nicht drin. Dann gucke ich glatt nochmal nach, ob wir hier... Was sollen wir hier schon finden? War immer noch ein Scrap Cable? Sag mal, Scrap Cable. Wie heißt das? Das ist richtig. Heißt Scrap Cable? Mhm. Okay. Oh, Aviator gehört es in... Ein Dings hier, cool. Hier draußen ist nischt. Ach, das Haus fand ich immer gut. Das hatten wir, glaube ich, bei Hirnstrutz mal benutzt, hier. Das fand ich gut. Stimmt. Mit der Schmiede drin, ne? Genau. Das war nischt. Dann gehen wir jetzt einfach mal nach unten. Scrap Cable. Kann ja nicht sein, dass es daran liegt, ey. Doch. Alle da, weißt du? Und dann fehlt dir so ein scheiß Kabel. Ich hab schon mal... Genau. Ich hab schon mal ein bisschen Cotton geholt, weil du brauchen wir... Ach nee, den Sitz hast du ja schon, oder? Hab ich schon gemacht, ja. Ah, shit. Drück den Cotton. Nee. Schmeißen wir den noch weg. Den Cotton brauchst du jetzt hier nicht zu machen. Alter, echt jetzt, ja? Ja, der war schlechter gewesen. Der war schlechter als der Ziffel der Regierung. Mhm. Findig. Wenn du das saust, dann wird das stimmt. Kannst du herfinden. Mach doch, was du willst. Mach doch eh alles, was ich will. Richtig. Irgendwie hält er meine Knarre auch schräg hier. Oh, scheiße. Shotgunslack. Nicht verkehrt. Muss ich sagen. Hast du? Mhm. Also, Schematik. Ah ja, okay. Hat die den nicht schon mal mitgebracht? Nee, hast du nicht. Okay. Tut's mir natürlich leid. Nee, tut's nicht. Na, das ist... Hm. Ja, naja. Von nichts kommt nichts, ne? Also, wir müssen ja irgendwie nach Hause. Ich vermisse ja schon die... die ranzige Rotz... die ranzige Rotzbude. Hallo? ganz dünnes eins so crossbow geschichte gehen jetzt doch bestimmt auch im rubbish hier das kabel klar ist ja ein scrap cable also ja richtig ist ein müllkabel also wird wohl im müll liegen oder nicht in fort ohirsch in fort ohirsch in fort mit dir ohirsch auch das sieht so cool aus dieses dieses rot orange und was vom himmel ach so rot orange hast du es nicht das ist bei dir nicht orange die mich straße jetzt oder naja quasi bei mir schon sonnenaufgang was so bei mir nicht bei mir ist noch dunkel ich verstehe ich verstehe alle gut nach mir schon wieder vergessen den euren airdrop zu suchen ich wollte ja den erd auf holen ist dein ernst ja naja gut kann aber passieren eigentlich hast du den in frame in der mitte noch ich kann dir sagen wo es der müsste hier sein und dann richtung norden geh immer rum um uns du musst in norden du musst ja du bist im süd das weiß ich doch auch weil ich nach dem cable suche man muss ich laut werden jetzt noch ein ding und dann und dann du bist du bist ja die ort man ja leute jetzt wird spannend war für die zombies vier uhr so ja alle den zombies glaube ich geholt aus 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 ja ich wollte nur noch mal rum um die stadt so im größeren umkreis um was ist denn ist schon wieder anklang zu rechtfertigen wieso rechnen zu rechtfertigen ich bin so bescheuert ich würde sagen ich würde nur mal kurz rum um die stadt um halt vielleicht noch mal paar sachen zu finden naja ich gehe jetzt nach norden der super funktioniert hat im allgemeinen schon denn ich habe öl gefunden und lila wird dein tod sein wieso drei schläge auf den kopf oder mann echt jetzt noch mal probieren wir noch mal das war nicht richtig und das war ein leck aber ein tod totatomie ist echt scheiße das ding direkt versklappt kannst du nur nehmen um demnächst tiere auseinander zu nehmen was cool ist richtig cool weil dann hat jetzt auch mehr den karen also so weiß ich nicht so ein naja wie soll ich das sagen also es fühlt sich echter an ja es fühlt sich echter an als den loot container zu öffnen genau so und dort alles im gleichzeitig das tier aufbrechen und dann und dann nach loot suchen in ihm oh ich finde einen klochen hallo so ich hatte mir nämlich hier vorhin ein ding hingestellt weil von dem aus war es genau Richtung norden ja ist richtig ich habe mir auch noch eine markierung gesetzt zur not und da wenn wir jetzt straight hinlaufen mach mal hüpf ich suche hier weiter in der stadt vielleicht hat er direkt ein moped drin wisst na klar kann sein ne so ja klar logisch klar ah bei deinem glück hat der airdropp ein moped bei genau so was halten hier noch zu trinken ein bierchen lulli lulli ich habe nichts mehr zu essen so laufen wir jetzt einfach nur geradeaus erzähl mal mit wie ist dir ja zu hause alles gut alles gut anstelle doch heute letzte aufnahme ach ja als sportlaste schön ja schön ja mhm mhm schön ne sonst alles im grünen bereich schön gut 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 mhm schön was soll man sagen ne wo wird es immer letzte letzte Aufnahme einer Aufnahme Session sozusagen so ein Fazit mhm mhm der Traum wird besser verkauft als er ist sozusagen ja also deprimiert heute sind es bisschen schon ne die erste Folge war ja noch richtig geil ja war dann mhm dein Bike mit verlieren des Bikes mhm mein Bike kaputt ging das gleich hin ja mein Bike entfährt jetzt wieder vielleicht bis nach hause aber auch nur vielleicht und ja ja du bist hier aktuell noch gestrandet ich dachte auch eigentlich dass man auf dem Bike mit mit zwei Leuten fahren kann das wäre cool ja ne ist leider nicht so ne oder eigentlich richtig warum denn nicht eigentlich Quatsch ne eigentlich Quatsch für den großen Sitz den du darauf bauen musst eigentlich Quatsch na gut echt in der Alpha 13 wer weiß mhm kanns haben da kommt ja so viel Neues ich freu mich drauf wie unspektakulär ist doch er das auch in dem Video sagt ja we added a new system mhm genau hier Harvesting und so weiter kurz erklärt bla 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 du kannst du es haben sehen tja Schreiber irgendwie wie weit kann der weg gewesen sein der Olle Airdrop kann eine Weile gewesen sein oder ganz kleinen Moment wenn du mich auf der Karte siehst ähm ich hab meinen Wegpunkt noch etwas weiter gesetzt aber du bist genau auf der richtigen Linie das klingt schon mal gut mhm mehr links ja ja ich hab hier nur ein Zombie Problemchen na klar ihr habt mhm mhm mehr links noch mehr links aber ne ok so ist ok guckt euch an hin ist mir doch egal ach du bist ne Arsch und jetzt zugreifen und jetzt zugreifen er liegt doch da irgendwo er muss doch jetzt hier liegen schwebt er noch? ne ist er im Baum befangen? ne Scrap Cable in der Küche ist auch unrealistisch ne ja ja ich denke schon achte ich mir man kann jetzt nicht wahr sein da suchen wir hier die halbe Stadt durch nach so einem blöden Kabel ja und äh 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 hast du sie hast du sie zuhauf gefunden eigentlich wüsste man so Moped Gegenstände immer alle mitnehmen Schied egal richtig ob du denkst du brauchst du noch oder nicht Alter jetzt bin ich ja ruhig weich gelaufen ich bin ja schon fast wieder zu hause sag ich jetzt mal übertreiben sie aber bitte nicht ja naja guck doch guck doch ach ja ok stimmt vorbeigelaufen das war wohl nischt ja das hat sich wieder verspürt ja genau ich rode gleich den Wald hier ach das mit der Brandpfeile ich wollt grad sagen ne die stecken alles in Brand Mami? ja Moped zum Beispiel danke nochmal ja kein Problem gerne schlo schlo tippe gemein das sagt der Typ der sein eigenes Moped zu zu klumpen schießt ich hab ne also du wirst dich ja sehen dann morgen ne übermorgen du wirst es ja gar nicht sehen das ist ja gar nicht in der Aufnahme ja stimmt ach schwie schwierig apropos Aufnahme ich hab ja nicht mitgeschnitten guck mal wie ruhig er wird war nur ein Scherz entspann ich halt gut das hat dein Leben hat dir was aus genau ich bin echt weit zurück fuck ne dann ist er weg dann hilft dir nix weg 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 du könnt jetzt auch nochmal kurz im Gucken kommen aber das bringt uns auch nicht weiter das ist doch nicht gerade gewesen also entweder er ist hier oder also du bist wirklich gut auf der Linie ja ich geh noch eh mal über diesen Berg und dann so weit weg war das nicht ne glaub ich auch nicht vielleicht noch ne Spur weiter links aber wer kann denn sagen ist das eigentlich auch so ne so ne Art ja naja der kann maximal so und so weit weg sein oder so der Airdrop ist mir nicht bekannt nö ne also müsste es ja auch theoretisch ergeben den setzen sie ja nicht einfach auf der Karte irgendwo ab sondern immer in der Nähe von irgendwelchen Spielern ne ja immer schon im Sichtfeld ja ist richtig also von der Warte her tja aber wie groß das ist keine Ahnung ja keine Ahnung Herr Kommissar müssen sie meinen Nachbarn fragen ach ach man noch nicht mehr Airdrop mehr also ich weiß nicht Alpha 12 ist nicht mehr Glück äh Glück behaftet warum nicht hat's so gut angefangen hat's nicht? echt? ne? ne hat's ne kann ich mich auch nicht erinnern das ist schon 40 Folgen her ne Enforcer Magazine im Milieu von echt? ähm der erzählt heute von King Glück hast du aber schon gehabt oder nicht? was denn? am Anfang da haben wir doch ewig gebraucht dann haben wir keine Base gefunden dann haben sie uns da auf dem Stein geprügelt und dann ach die Geschichte ach das ist doch alles schon wieder schon wieder lustig irgendwo ja klar jetzt sind eine ganz rüber lachen aber das war doch schwierig ne ja gut mussten wir nicht zwischendurch nochmal neu anfangen? ne mussten wir nicht ne haben wir nicht haben wir nicht ist das nicht seit der Alpha 12 so dass du nicht zwischendurch nochmal neu anfangen musst oder seit der Alpha 11 dass die Saved Games immer kompatibel sind? oder war's? mag sein mag sein gib mir doch einen qualifizierten Kommentaren ja das hast du recht also das mag sein hab ich gesagt also was soll ich jetzt noch mehr hören ja du hast recht Schröbi ja Schröbi weiß ich nicht ob du recht hast irgendwie so ne halbgaren Antwort möchte ich einfach nicht unterstützen halbgar sag dir gleich mal was hier halbgar ist halbgar oh baby baby halbgar oh baby baby halbgar man dass du zum ende immer stinkern musst du musst immer stinkern zum schluss stinkern und stuken stinkern und stuken leveln und looten nicht looten looten und looten looten und leveln looten und leveln zum политen bin ich hier schon drin überall wahr hmxh commission hmxh 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 oh ich kann mich baden ah oh zeit ja leute ich habe ihn vielleicht gesehen ich verstehe dich nicht du hast zombies sind oder nicht kann ich aktuell nicht sagen ich habe ihn meine fresse gut bin echt ich war ein müder neben mir steht ein bisschen auf dem bergum drauf general loot sniper barrow danke noch mal ein super plan scheiße ein scrap cable könnte man ja auch selber machen nicht probiert ja theoretisch nein mein ich jetzt nur wäre halt sowas fehlt implementierung hier geschlagen implementationsvorgang gescheitert so nah wirklich wirklich viel mit scrap herstellen mit mcgaiver magazin hier müsste den mcgaiver magazin naja ja ich komme nach hause also du sagst ins zweite dein moped fährt ja ja da fahr ich schon mal nach hause kannst du dann nachkommen mal klar machen wir so na klar machen wir so na klar machen wir so ein bisschen öl gefunden ok ich bin wieder da so was wird hier von wird jutet nein also die highlights aus dem airdrop die halt ja sniper barrel in gelb und in lila noch mal dann haben wir ein glück aber keine 9 mm ach nee das war früher gut da war schon drin da war schon drin hast alles durch ne da war schon drin das ist nicht ich schlag auf jeden fall alles ein war drin ach shit da müssen wir uns leider nächste folge noch mal kurz hier die umgebung erkunden ja wie denn ja mit dem moped du kannst ja wenigstens gucken wo was sein könnte und dann am moped läuft ich bin weg schießt auf mich nicht schießt auf die mädels hier hier eine sprungschanze bauen jetzt fährt er mit in meiner kiste rum ne ich glaube ich nicht gut ich bringe erstmal mein kram rin tja eines hatte ich zu glauben könnt ihr uns mal tippen für die nächste aufnahmesession würde so sinnvoll sein weil wir es lesen und dann auch umsetzen können wo korrekt findet man die dingens derweil kraftig derweil kraftig mir mal was ist denn los mit dir sprich du mal klaren derweil kraftig mit dem fagment hier noch bisschen heid links rechts zwei im sinn 8 mini-chassis läuft wie bei kennel bars motor shit und nur ein scheiß kabel kai sein hier da ist es auch nur ist kabel scrab scrab bull guck noch mal in einfach einfach der ja gut ist doch mist ist doch alles mist hier wirklich an dem scrab cable die fischkopf sagen würde ich richtig die tue nicht zu wenn schöne gelbe moped hier hast du hast dich in dem haus noch nicht drin doch doch also ich bin vorbei aber ob ich jetzt nicht natürlich möglich ja dann gehen wir noch mal durch haben wir noch zeit mini mini bike handlebars ein bisschen einfach weglassen nicht mehr und gehen zu fahren War kein Licht hier. Müsste funktionieren. Das ist das Rezept. Das ist doch gut, weil ich sieg doch auch. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Ich kann mich doch nur ein bisschen aufregeln. Dann riech dich doch auf. Ich riech mich auf. Ich riech mich nicht auf. Ich könnte aber. Ich könnte mich aufregeln. Ja, zurecht. Ein ganzes Wochenende. Hunting Rifle Parts in Blau. Hunting Rifle Parts in Blau. Haben wir schon hier sogar. Okay. Also nicht wichtig. Nicht wichtig, nein. Ich verstanden. Ich habe es verstanden. Hast du das? Ich erst mal ein Bärenst du. Ich habe es mir verdient. Mach das. Haben wir das ganze Gunpowder? Haben wir das ganze Gunpowder neu gefunden dadurch, dass wir den gefunden haben? Oder woran lag das? Nein, nein. Ich habe 7.62 Munition auseinandergenommen, um 9mm dazustellen. Und da bleibt das ja nun mal übrig. Das ist jetzt nicht unwahr. Das ist noch 10mm. Die kannst du noch auseinandernehmen. Ja, ich habe noch 258 Schuss. Das ist noch. Ja. Ist noch im Bereich der Möglichkeiten. Mist. Das kannst du echt gehen erzählen. Leute, ich bin echt spannend. Sagt mir mal, wo liegt. Lacht mir wirklich. Ach sie, Mann. Findest du wahrscheinlich auch wieder in Zombies und so einen Scheiß. Würde ich nicht. Meinst du nicht? Nee, bestimmt nur in Garagen oder irgendwie sowas. Hier war ich schon drin. Ich gehe nochmal zu einem Weg da hinten. Ja Leute, da wisst ihr nicht. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir hoffentlich durch eure Tipps ein Scrap Cable finden und wieder nach Hause fahren können, dann hier draußen möchte ich ganz ungerne bleiben, obwohl ich die Dachbase da ganz süß finde. Da könnte man... Ja, aber für so eine richtige Horde, ne? Ja, genau. So eine richtige Horde. Ist das jetzt nüch, die übrigens auch morgen kommt, ne? Ja, von Tag 28 auf 29. Also bis dahin haben wir ja drei Sachen, haben wir schon alles hier drunter. Ist doch alles noch gut. Na ja, ich sage mal, Scrap Cable ist das Wort des Tages, kann man fast sagen, ne? Ja, Scrap Cable, dringend gesucht, ja. Ja, dringend genau. Oder wanted. Bitte melde dich. Bitte melde dich. Scrap Cable, bitte melde dich. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns doch wunderschön. Bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ich auch übrigens, Schröding. Danke. Schön, dass du Zeit hattest. Die Kohle kriegst du dann, überweise ich dir, ne? Ja, ne, ja. Vor allem, ja. Oder in Bier wieder. Naja, das wird's ja mal nicht. Du willst ja mal bares, das war was und so, sagst du immer. Es ist auch richtig, kappt, ne, kappt, ne, kappt, ne, familie. Ja, ich weiß nicht, ob das, ich kann mir das aber fast gar nicht mehr leisten. Wenn wenn das so ist, dann ruf ich jetzt sofort den Minier an. Vielleicht kann der es dann bezahlen. Tschüss. Okay, bis dann. Tschüss.